Und jetzt geht es hier los mit dem Anstoß durch Atletico Madrid. Gute Aktion. Und er gibt ihn, er gibt den Elfmeter. Da gibt der Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Jetzt wollen sie hier das 1 zu 0. Und er macht den Elfmeter. Die Elfmeter stimmt, wir sehen es hier in der Wiederholung, aber wenn der Elfmeter so präzise kommt, was willst du da machen? Das Tor ist nicht zu verhindern. Chance vielleicht, Abwehr ist da. Was für eine Aktion! So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsdart! Suárez. Griezmann. Glanzparade gehalten. Gute Aktion. Ball erneut bei Griezmann. Kein Tor! Was für eine Rettungsdart! Würde ich gern nochmal sehen. Wahnsinn, wäre der Ausgleich gewesen. Ecke in die Mitte. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Griezmann. Luis Suárez. Das ist der Ausgleich. Ganz stark. Bis zum Schluss immer dran und jetzt belohnen sie sich. Und jetzt ist hier nochmal richtig was drin in diesem Spiel. Atletico mit dem Ausgleich. Und das wäre Wahnsinn, wenn sie das Ding noch komplett drehen. Markus Sorente. Unentschieden steht es nach der regulären Spielzeit. Und jetzt ist es ein Witz.